LERK übernimmt Projektentwickler EP New Energies. Der Aussichtsrat von Lausitz Energie Bergbau und Lausitz Energie Kraftwerke hat wichtige Schritte zur strategischen Neuausrichtung des Energiekonzerns LERK bestätigt. Dazu gehören die Übernahme des Projektentwicklers EP New Energies sowie die Zusammenführung der Kraftwerksprojekte im Bereich Wasserstoff, H2 Readiness und Speicherung in einen neuen Geschäftsbereich für innovative Kraftwerke. Das Ziel ist es, sich als führender Anbieter nachhaltige Energielösungen zu etablieren und für die Zukunft neu aufzustellen. Bis zum 5. Mai fallen einige Züge des RE1 zwischen Frankfurt-Oder und Cottbus aus. Hauptsächlich unter der Woche. Dies betrifft bestimmte Fahrten, insbesondere solche, die 12 bis 18 Uhr von Eisenhüttenstadt nach Cottbus sowie 12 bis 16 Uhr zurück nach Eisenhüttenstadt fahren. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der über Guben verläuft. Am Wochenende des 4. und 5. Mai fallen zusätzliche Züge in der Nacht um 1.40 Uhr zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt-Oder aus. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Lidl plant seinen Standort direkt gegenüber der Lagune neu zu gestalten und das bestehende Gebäude abzureißen. Damit soll Platz für einen modernen Neubau geschaffen werden. Die neue Lidl-Filiale soll ein zeitgemäßes Design mit einem Pultdach, einer Alu-Kubon-Verkleidung und einer großflächigen Glasfront erhalten, um mehr Tageslicht in die Verkaufsräume zu lassen.